so leute wir sind jetzt wieder zurück nach dem cut wir kommen in der zweiten hälfte von der wahrheit gegenüber den illuminat und der zerstörung bzw der rettung des halos fuck soviel dazu gleich mal so in die menge eine granate reinschmeißen normal schauen wir mal ob wir was getroffen haben getroffen haben wir fix was sind auf jeden fall weniger so der junge muni jetzt wieder reinlaufen genau das war's der generator ist überlastet jetzt noch den letzten gottes dank gottes dank ich wusste es waren zu viele ich konnte nicht mehr weg das wird shit so kommt da noch wer noch wer ja nein nein ja 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 man gut okay sehr gut ich habe die pille auf ort im geortet sie ist 1200 km entfernt runter laut den anzeigen sind ihre pulsionsreaktoren noch aktiv so so die pille auf ort ist mit sicherungssystem ausgestattet die auch ich nur mit genehmigung des kettens umgehen kann wir müssen ihn finden oder seine neue wahl und die strengung des ferns einzuladen das war knapp so läuft jetzt aber alles bestens so läuft so läuft so läuft so läuft Let's count the next shit off wow holy fuck das war jetzt knapp doppel shot what the fuck ich treffe sie mit doppel shot aber den einer brauche drei schüsse oder wie läuft so jetzt wird es langsam auch mit dem uni wieder knapp mit der schrottflinte hoffentlich kommt wieder mal ein bisschen nachschub da müssen wir wieder den nächsten kack öffnen kommen wir mal raus wieder hallo ja wir sind draußen bitte ein panzer bitte da soll ein panzer stehen das wäre das schönste wenn jetzt da ein panzer stehen würde letzte runde ja das wäre munition verkeudung oh da ist noch einer hab's gar nicht gesehen komm runter komm runter komm 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 so erledigt einfach mal so so just for fun so reinschießen nicht mal so schlechter schuss würde ich sagen oh so das war gut und knapp so brauche money brauche dringend money sturmgewehr ne ne wurscht da muss ich hoffen dass ich irgendwo auf dem weg wieder money bekomme sonst muss ich sonst wird es ein bisschen eng aber kann man ja jetzt nichts aufmachen aber ich glaube da vorne gibt es wieder money gott sei dank oder hoffentlich ja sehr gut vielleicht da gibt es money ich will uns wieder alle machen drücken alle machen drücken so da ist die Zeit sogar mal tot danke danke so erledigt im teil zumindest scharfschützen gewehr naja so ich habe jetzt eh money bekommen sehr schön muss ich dann gleich nachladen ach so weil falls ich wieder in großen defekten komme dass ich dann gleich munitionsbereit bin mit ihrer scheiß barzooka so heinstation leider wieder mal ach 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 ich bin nicht da ist scharfschützen gewehr um die da im hintergrund zu erledigen aber naja Ah ja... Fuck, Digga, Alter. Junge... Zwei Waves? Leck mich... ... am Arsch. Ja, genau, der muss sich jetzt genau da bewegen. Nee, ist klar. Hallo, ich bin auch noch mal aus dem Schiff. Gegen zwei Waves anzukommen. Okay, der eine ist ja schon am Arsch. Gott sei Dank. Muss ich nur noch den zweiten erwischen. Oder ja, der zweite ist ja schon am Arsch. Jetzt aber sehr schön, sehr schön. Ach, scheiß drauf. Gibt's hier ja immer nie. So. Du triffst mich eh nicht. Hat der krass gesagt, Entschuldigung? Läuft. Das ist nur, weil du unsichtbar bist, sehe ich dich nicht, oder wie? Ach. Okay, bitte. Schreckt's mich doch am Arsch. Ich stehe nicht, wieso brennen die, wenn die noch inaktiv... Also aktiviert sind, oder? Ähm... Trauglich halt. Ich lass ihn mal einfach ziehen. Wenn die sich da oben kümmern. Oh. Shit. Koffer. Blöd, der bleibt nicht stehen. Dann muss ich mit dem beginnen. Ach, Gott. Jetzt wie oft steht sie noch auf. Schweine. Ja, na, endlich mal getroffen. Ach. Uh. Du. Sehr schön. Danke, dass du dich bewegt hast. Du volle D-Oat-Wave. Komm, Einschuss noch. Der muss aber sitzen. Sehr schön. Du auch noch was? Was liegt nicht am Arsch? Ich fress das. Jetzt wird die Kleine da. Bist die Nase satt? Ach. Jetzt komm, Master Chief. Mit seinem Sturmgewehr. So. Granate. Ne. Oder? Boah, da leckt es mich am Arsch. Das ist nicht euer Ernst. Ne. Ne, oder? Ja, sonst so viele Allianz-Truppen und dann auch gleich zwei Jäger dazu. Hä, läuft super. Okay, deswegen liegt da dein Sturmgewehr. Jetzt müssen wir leider zurücklaufen und das holen. Weil, ähm, erstens es sind zu viele Allianz-Truppen, dass ich sie, also es sind zu viele, dass ich sie nicht so ausschalten kann. Mit Sturmgewehr. Mit Sturmgewehr. Sturmgewehr. Warte mal, hier. Dann ist er, wenn er nicht so ausschalten kann. Warte mal, da gehen wir noch. Ja. Das ist die Zurbige. Warte mal, da kommt ja wieder zurück. Du wirst ja noch nicht so ausschalten. Jetzt? Du wirst ja nicht so ausschalten? dort ist und dann bewegen sie sich eh sowieso wieder und ja das brauche ich nicht oh der große jetzt rauf geschafft naja wurscht da gehen schon die patrouille in den scheiß patrouillermixer gucken mal ob ich sie so ausschalten kann den einen konnte ich so ausschalten sehr schön das wäre mal auch geklärt so schöner schuss wo ist denn der zweite shit verfehlt wenn ich mir mal die jäger also die elite truppen sehr schön sehr schön so muss es immer sagen erfolg freigeschalten gejagte jäger ja sehr schön einfach wieder so stehen und herum gehen nur so die fesse nieder ein nach dem anderen das interessiert den überhaupt nicht irgendwie bist du ja fertig wenn du noch so vorsichtig gehst mein gott leute das war jetzt alle ja da ist noch einer hab doch einer noch übersehen tja da ist noch einer jetzt nicht mehr so ach gott sei dank nur noch zwei level dann bin ich endlich fertig mit halo 1 ich freue mich schon uhr auf halo 2 wie sie das gemacht haben mit der neuen grafik und so wenn sie auch an die welche und so wie der erste teil hat ja und dann kann man eigentlich zwei waffen also eigentlich drei waffen praktisch wenn man hat ja jetzt so rein theoretisch gesehen du hast hinten also hinten das sturmgewehr schrottflinte und so und halt zum beispiel zwei mps vorne und das ist ja das geister daran also erstens ja okay brauchst du doppelte muni quasi für zwei mps sehr wurscht aber ganz generell dann doppelt waffen größeres halten das ist einfach geil oh gott die halten wieder so viel aus wie das schweine das ist ja gleich mit raketen kommen erst bringt nichts sind zu schnell jetzt komm schon eigentlich puh Das haben wir jetzt aber geschafft. So. Letztes Ziel neutralisiert. Nicht sieh weg hier. Ja. Puh, geschafft. Nichts wie ins Traxium zum Käpt'n. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporter-Netz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat zu schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los, los. Geil. Geile Scheiße. Kies, starten Sie einen Angriff auf ein Allianz-Schiff und retten Sie Kies. Doppelter Verrat. Levelt seit 13 Minuten. Schauen wir mal. Der Sitz Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung eine Schiff, um Halo zu verlassen, als die Flatt entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flatt haben den Kreuzer überreut und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flatt zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Hm. Ich kann Captain Key Signal jetzt klar empfangen. Erlebt. Und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Geil. Ja, gleich im Schiff, Gott sei Dank. Die Koordinaten müssen... Oh, sorry. Gleich so. Bam. Ach Gott, immerhin Sturmgewehr. Chief, begehen Sie keine Dummheit. Lassen Sie es. Captain? Captain! Ich habe ihn verloren. Hier soll ich von der Dummheit weggehen. So deppert. Hatte ich die Granaten jetzt einfach mal. Sehr gut. Sie wissen, wurde durch Sprengstoff verursacht. Starken Sprengstoff. Immerhin hat er die Hülle aufgerissen. Da unten sehe ich nichts außer Sehen von Kühlmitteln. Wir sollten woanders weitersuchen. Okay. Holy fuck. Übertreibt es ein bisschen mit der Army, gell? Achtung, Gefahrenstufe erhöht sich. Ah, Unsichtbarkeits. Hier entlang. Davon sind wir ja gekommen, oder? Ja. Und nicht hier. Hier will es auch nicht werden. Ich muss ja noch irgendwo eine andere Tür gegeben haben. Ich glaube, da links oder so. Ne. Ja, da war der Dings oder so. Und ich backer jetzt Dings. Schild. Auch nicht. Aber es geht ja nur hier weiter. Also verstehe ich es auch nicht. Irgendwie. Es geht ja nur hier weiter. Ach, wurscht. Was auch hier runter. Wo ist es da? Ach, Cortana. Das hättest du nicht früher sagen können, als ich da vorher schon stand. Nee, das muss die kleine Cortana immer eher später sagen. Sie ist eigentlich noch rechts. Versuchen wir einen anderen Weg. Aber nein. Egal. Das sind jetzt gut zu sagen auch nicht die hunderttausende Allianz und Flood-Truppen. Zum Glück. Doch, dich, dich. So, geht scheißen. Also hier habe ich auch noch das Sturmgewehr. Ha, läuft. Wir sollten hier lang. Richtung Gravitationslift. Ja. Läuft. Wir sollten hier lang. Richtung Gravitationslift. Ja. So. Wir sind jetzt auch Gott sei Dank erledigt. Scharfschützungen geht ja. Okay. Darum scharfschützungen geht ja. Ich schau mal ein bisschen zu. Okay. Die Jäger sind stärker als die Flood. Jetzt hat gerade mal nur ein Jäger überlebt. Wird eh auch sterben. Ach. Ich weiß. Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet als ich dachte. Analyse. Erheblicher Kühlmittel Austritt. Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht. Das reicht aber auch langsam, gell? Scheiße. Keine Muni mehr. Schall. Der Rani ist ein Elite-Krieger da oben. Der Rani ist ein Elite-Krieger da oben. Blät ihr mir das bitte? Mag sein, dass ihr die Flood seid, aber trotzdem. Es geht mir am Arsch. Und deswegen bin ich froh. Die Flood gibt es dann in Halo 2 eine Riesenzeit lang bis gar nichts mehr. Ah, gosh. Der Schießt. holy fuck alter dieser scheiß stein wenn dem sterbe ich fast ja ne ist klar einfach ein dings scheiß erwischt mich und ich sterbe ist klar sagt endlich Ja, ich muss noch einen. Vollidiot. Ja, ich muss noch einen. Ich muss noch einen. Jetzt sind alle tot Sehr schön Schön ausgetrickst Hier runter Ich habe einen kleinen Superschild, Gott sei Dank Puh Gott Das letzte Allianz ist ein Chaos Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden Ein was? Ein Carrel oder was? Oh 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 In den Ecken? Wo? So Also sie sammeln Körper um sich zu vermeeren Verstehen So ist auch okay Oh Oh Fuck Oh 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 Gibt's ja nicht Wie viele kommen da noch runter Wie viele kommen da noch runter? Oh 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 And Oh nicht alle schon langsam die darauf brennen zu sterben sein irrsinn wenigstens ein paar wieder weniger so gott sei dank hier geht es nicht weiter medikits gott sei dank super schild hier geht es weiter ich verstehe nicht was macht captain keys hier da zackle der lege gegen zackle dann finder geht ja Puh. Feuer endlich. Ja, ducken. Sag ich auch, ducken. Ach, du leckst mich doch am Arsch. Digga. Mann, schieß endlich. Wieso ladest du so lange nach? Jesus. Boah. Alter. Gibt's hier nicht. Wie viele Schweine kommen da bitte? Ach, das war jetzt schlecht. Ja. Das war schlecht geworfen. Oh, ho, ho. Nee, oder? Mit dem Kack kann man nicht fahren. Wollst du mich verarschen, oder? Wieso könnte ich die am besten niederhauen? Echt jetzt? Ach, zu schade. Weil fahren könnte man da ja auch rein. Ich habe richtig. Also, somit. Ach, egal. Mann. Ich stirbe endlich. Ach, jetzt war es jetzt mit doch ein Arsch, jetzt war ich keine Munition vergoiden, bitte. Euch auch nicht. So, einfach geht's. Ja. Tja, einer hat gerade mal das überlebt, so, naja, bitteschön. So, Kiesi, ich komme, ich bin da. Ach, leckt mich der Roller am Arsch. Sieht aus wie ein zweiter Hangar, von der dritten Ebene aus müssten wir in die Steuerzentrale gelangen. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Hauen Sie ab und her. Wir müssen ihn finden. Oh, f**k. Digger. Hardcore wäre, wenn die sich verwandeln würden mit den, ähm, wie heißt das, mit Jäger, oder mit denen auch kämpft würden. Das wäre Hardcore. Zu Hardcore. Ne, nicht hier. Was, und? Man muss ja auch weiter hoch. Oder? Weiß jetzt gar nicht. Schauen wir mal. Sackgasse. Dann geht's hier weiter. Hoffentlich. Ja. Ja. Keine Katana gesagt, der Chief, der leidet. Schnell, oder schnell, er leidet. Besser gesagt. So. Dann da hoch, oder? Ja. Anfüße ich schon. Ja, genau. Was machen wir unten eigentlich? Endlich. Ich verstehe es nicht, warum sie dort auch jetzt, äh, Gegner hingegeben haben, aber bitte. Aber auch egal. Wenn ich dafür hinweist, geht's. Oh, hier. Hinauf geht's. Oh, shit. Leckt mich alle am Arsch. Scheiß Floor Truppen. Oh, shit. Shit, 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 shit. Das war schlecht von mir gemacht. Sehr schlecht. Aber shit sind die eh schon da. Das bringt eh nix mehr. Naja, oder ja vielleicht. Nein. Nicht wirklich. Scheiße. Ach komm schon. Der Shit. Fehler. Lauf. So. Zwei sind gestorben. Zwei haben sie gerade mal so überlebt. Und sind jetzt auch tot. So, sorry Leute, dass es jetzt halt so lang wird. Aber ich will das jetzt unbedingt noch fertig machen. Der ist ja praktisch eh gleich vorbei, die Mission. Der ist ja praktisch eh gleich vorbei, die Mission. Die Wurde ist ja praktisch. Ja. Und das ist ja der Schiller. Der ist ja der Schiller. Ich schieße auf den und er stirbt nicht. Was soll denn? Ich bin ein Schiller So, jetzt greife ich aber gescheit Sehr schön Ok, klar, sonst kommt der Kerl So, weiter Wir haben es fast geschafft Ja Der Käpt'n Kies Alter Nein, komm Boah Cortana, da sind riesen Mengen an Flottruppen Es ist nicht so leicht, da durchzudrängen Und Allianz-Tropen ebenfalls Ich bin mein Bestes, Cortana Ich bin mein Bestes, glauben sie mir Ich bin da Kies Kies Nein Zu spät Klar, es war ja auch so zu spät, aber Ja Keine menschlichen Lebenszeichen Der Käpt'n Ist einer von Ihnen Die Flott dürfen sich nicht ausbreiten Sie wissen, was er erwarten würde Was er verlangen würde Was er verlangen würde Genau Was er erwarten würde Und was er verlangen würde Genau Wie sie einfach so in sein Hirn rein schickt Wir müssen zurück zur Atem Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Ja, pfff Wir zurück, oder? Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Geht einfach zurück Geht einfach zurück Okay, das geht irgendwie nicht Wir müssen zurück zur Atem Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Ich warte mal einfach Ah, jetzt gehen gleich alle auf nicht los Ist klar, loko In jeder Maße, Jill, fahrt ihr eh den Scheiß aus Pfff Das geht sehr nicht Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Anker, danke Vielleicht können wir nicht überleben, muss man mal Frau Tana Probieren sie das mal Probieren sie das Probieren sie das Man, Digga Ein paar Soldaten werden nicht Jetzt nicht Oder zumindest weniger Feinde Na gut So Haben wir jetzt Gott sei Dank auch geschafft Ich bin 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 Trotzdem, es ist die heimste Fall da, echt jetzt. Ah, in eurer erst, das geht's ja nicht. Ja, zum Orten, ja, Orten, 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 Orten. Oh, das wäre jetzt schön. Ich hoffe, diesmal schaffen wir's, wir waren eh schon weit, nur komm ich schon weiter, sind wir dann gestorben wegen diesem Scheiß-Eliten-Typ. So, das wäre nixens irgendwo Medi, ne, da doch. Ah ey. Nein, alter, was soll der Scheiß, nein, bitte nicht. Ich krieg die Krise, ich werde langsam Paranoid bei dem Scheiß. Also, ich war die Flotte und so. Ja, jetzt schieße ich auch noch die Granaten, falsch, ist klar. Wahrscheinlich, oder? Ja, kommt alle da her, kommt, ja. Die Geoten. Mann, schieße endlich! Mann, ich schieße ganze Zeit auf jeden Fall, um, Entschuldigung Leute, aber trotzdem, was lecke ich jetzt auf? Ich schieße auch noch auf dem Trottel, ich sterbe nicht. Ich weiß aber, da bin ich schon. Ich komme bis her. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt habe, ziehe die offen. Da ist noch einer, oder? Ja, zwei sogar. Drei. Da geht es. Ich darf noch drei. So, jetzt aber nicht mehr. So, jetzt lade ich voll. Schild. Er ist wahrscheinlich jetzt wieder aufgestanden, wie ich die Flotte kenne. So. Ja. Nein, Alter, leck mich! Wir müssen zurück zum Arsch. Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen. Oh Gott, Dana, ich kann das nicht mehr hören. Nix für Unge, aber ich kann das nicht mehr hören von dir. Nein, ich kann das nicht mehr hören, was ich für mich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott? mann alter aber sagen du sollst mal explodieren oh scheiß fähig meine fresse ich habe den Boden so wff 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 w fah wkw wkw Ich traue mich jetzt da gar nicht die Tür zu öffnen. Ich ganz genau weiß dass diese Viecher da sind. So vielleicht geht es aber so irgendwie. Die sind jetzt da. Diesmal sterbe ich nicht. Hoffe ich. Wo geht es rein? Oh shit da sind die auch noch weicher. Puh das war knapp jetzt. Arsch knapp. Scheiße keine Granaten mehr. Shit. Gibt es da nicht irgendwo Granaten? Ich brauche Granaten bitte. Puh. 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 Eben, wie viele Granaten hast du noch? Zweit mir aber. Scheiß Wichse. Mit dem sollen wir weg? Mit dem Perfekt Schnappen Sie sich eine der Vanschies, damit wir zurück zur Pillar auf Oden Sie wissen schon, dass da unten nur voll mit Dinger sind Ja, genau, ich sterbe jetzt Nein, sonst muss ich jetzt nicht den Scheiß noch mal herumschießen Gott sei Dank Ah, da geht's doch lang Aber wenigstens etwas Puh Scheiße Jäger, äh, Jäger, Entschuldigung, Elite Ah, Schutschild, sehr gut MediPack Danke, oh Herr. Geht's ja runter. Ich glaube schon, oder? Ich weiß jetzt nicht, aber schauen wir mal. Ne. Ich geh lieber nicht da her. Wenn ich da schon diesen riesen fetten Punkt da seh, dann bleibe ich lieber da und springe dann später runter. Ich meine lieber, viel lieber. Man hat jetzt geladen und... Ich bin gleich geladen, glaube ich war. Nichts was. Scheiß drauf, ich springe einfach jetzt runter. Und weg hier. Verpiss euch. Leckt mich alle am Arsch. Gott sei Dank, endlich. Danke. Puh. Heilige Scheiße, ich bin am Ende. Wir haben es geschafft, meine liebe Freunde. Und das ist jetzt der letzte Teil, der Schlund. Und den seht ihr nächstes Mal. Erfolg war geschalten Kies. Tut mir leid, dass jetzt das Video ungefähr eine Stunde lang gedauert hat. Aber ich wollte jetzt einfach mal keinen dritten Partys von dem Kack raushauen und die Mission fertig machen. Wir schauen uns jetzt noch den kleinen Filmchen an und dann ist es fertig. Ah, da ist die Pillar auf Ortung. Da ist es okay, es gelandet. Von ihnen, also von außen schaut es winziger aus. Aber so ist es ein Riesenschiff eigentlich. Mit vielen Waffen, sehr vielen Waffen. Das ist ja auch ein Riesenflaggschiff. Das war Absicht. Stimmt's? Stimmt's? Ah, da waren die Rettungskapseln damals. Na gut, Leute. Mein Name ist Odo Zwerger. Warte jetzt mal. Wie ich zu schnell? Hätte ich was vergessen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst noch ein Like. Da würde mich auch über einen Kommentar freuen. Nicht vergessen zu abonnieren, ist ganz wichtig. Mein Name ist Odo Zwerger. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis zur nächsten Part. Und zwar für das letzte Part vom ersten Halo Teil. Und dann Welcome to Halo 2. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal.